liebe maya liebe alle wir wären jetzt total gerne bei euch aber leider hat mich ein positiver corona test davon abgehalten und deswegen schicken wir euch jetzt eine garantiert virenfreie video botschaft liebe maya du hast mich so berührt mit der laudatio die du anlässlich meiner goethe plaketten verleihung im dezember gehalten hast und ich glaube das eigentlich alles noch gar nicht und wenn ich keine beweis videos hätte würde ich auch sagen das ist nicht passiert und ich habe mir die ganze zeit überlegt wie ich mich oder ob ich mich überhaupt dafür jemals revanchieren kann und dann ist mir eingefallen ich könnte ja dein wahlprogramm vertonen und ich finde du machst so viel und so tolle sachen die kann man wahrscheinlich gar nicht in eine einzige rede packen und wenn doch würde die wahrscheinlich die zeit eines menschlichen lebens sprengen und ich habe es jetzt trotzdem versucht den inhalt in einen song hinein zu packen in der hoffnung dass den dann alle singen und ich habe mich auch versucht ein bisschen schick zu machen und jetzt wünsche ich dir und euch allen viel spaß und viele informationen in deinem wahlprogramm song maya macht's mensch maja maja macht's mensch maja maja macht's ohne eigene partei ist sie für uns alle frei mensch maja maja macht's in der mitte von europa liegt eine stadt die einiges zu bewältigen hat die hohen häuser sind ganz toll doch sie werfen schatten auf diejenigen die es bisher leider nicht so gut hatten doch diese stadt hat potenzial der einzelne mensch ist eben nicht egal das bad hofsviertel toll speziell so sieht frankfurt nun mal ausloge technoklub und laufhaus allerlei ist hier zu haus doch müll und kriminalität da müssen wir gemeinsam ran miteinander reden handeln ist jetzt für uns alle dran wir brauchen ganz dringend ne neue strategie es geht zwar um das was aber noch mehr um das wie zusammen ist besser als allein gemeinsam der fanclub von frankfurt sein es ist absolut wichtig neue konzepte zu erfinden motivieren und begeistern und die menschen zu verbinden es geht um die sache und nicht um den streit konflikte ertragen zum reden bereit klima wirtschaft und sozial die welt dreht sich radikal wir sind gefordert und einfach und schlicht helfen die alten strukturen hier nicht wir haben hier alles wir sind nur verpeilt und alles ist irgendwie schräg verteilt geld ist wichtig gut und schön doch braucht es auch innovative ideen alle zusammen an einen tisch kreativ soziales wirtschafts gemisch so muss es sein doch schaffen wir es nie ohne eine richtig gute regie mensch maja maja macht's mensch maja maja macht's ohne eigene partei ist sie für uns alle frei mensch maja maja macht's renovieren statt abreisen nach lösungen streben plätze gestalten und dem klima eine chance geben graue energie nutzen und alles im bestand bauen investoren liebevoll ideen um die ohren hauen hochschule theater oper so dass allen es gefällt es geht ums wohnen und ums leben es geht nicht immer nur ums geld fahrradroller rmv das alles muss bezahlbar sein fürs riesen auto pro person ist unsere stadt einfach zu klein digitalisierung ja doch alle sollen es verstehen es ist vor allem wichtig auch die älteren hier bald zu sehen frauen in die finanzwelt zu wenige sind da die unternehmen müssen bleiben denn dann gibt es geld hurra wir brauchen nicht nur große marken auch den kleinen soll man's gönnen frankfurt eine stadt für alle die sich alle leisten können die kinder unsere zukunft sind wichtig für die stadt und nötig ist dass jedes kind einen sicheren ort zum leben hat es kann nicht sein dass kinderarmut irgendwann normal wird kinder keine chancen haben ihr leben eine qual wird wir brauchen gut bezahlte stellen dazu die finanziellen quellen bildungsmöglichkeit für alle soziale betreuung in jedem falle kinder müssen lernen leben das müssen wir ihnen unbedingt geben neue konzepte neue ideen gemeinsam nach neuen lösungen sehen wir haben hier alles wir sind nur verpeilt und alles ist irgendwie schräg verteilt gemeinsam schaffen wir sicher doch wie ich weiß es nicht wir brauchen regie mensch maja maja macht's jetzt könnt ihr alle mitsingen mensch maja maja macht's ohne eigene partei ist sie für uns alle frei mensch maja maja macht's frankfurt frankfurt ist ne sportstadt alle groß mündig nicht immer dieselbe leier und am ende braucht man uns dann dringend für die trauerfeier aber warum denn so lange warten alle können es erleben doch dazu muss man kultur jetzt geld und chancen geben diversität muss selbstverständlich und für alle sicher sein lgbtq muss endlich in sämtliche köpfe rein gewalt gegen queer muss aufhören sofort wir brauchen unbedingt einen queer sicheren ort frankfurt bunt und vielfältig ist ein wichtiger satz rechtsextrem und menschenfeindlich hat hier wirklich keinen platz wir müssen endlich aufwachen und alle menschen sehen zusammenhalten und gemeinsam für uns alle stehen mensch maja maja macht's alle mitsingen mensch maja maja macht's ohne eigene partei ist sie für uns alle frei mensch maja maja macht's wow mensch maja maja macht's in unserer stadt gibt's potenzial mensch maja maja macht's drum geht's zur oberbürgermeisterinnenwahl ohne eigene partei ist sie für uns alle frei mensch maja 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 macht's thun moja